Moin moin Youtube und willkommen zur zweiten Duellserie mit uns von guten Kollegen da drüben. Die Decks sind gemischt. Regeln können wir ja kurz erklären. Spielen jeder mit 8000 Lebenspunkten. Star-Tahn 5 Karten. Wenn man dran ist, ein KZT. Ok. Ja, ich höre schon wie wir anfangen. Also, ich weiß nicht. Ich fang vielleicht an. Nein. Was? Komm, ich fang an. Ach, schön. Garten hier gezogen hätten. Gut, bin stolz drauf. Käfernotfall. Ne, ne, Käfermatrix. Ja, verladen. Hm. Nein. Ja, sorry, aber hinter mir ist ein Sofa und ich muss nachsitzen, damit ich nicht an alle Karten rankommen kann. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich aktiviere dunkle Tür. Jeder Spieler kann nur noch mit einem Monster angreifen. Das ist permanent. Und dann aktiviere ich noch den Friesensboten. Nur mit einem Monster angreifen? Ja. Und jetzt kann man, kein Kaispieler, Monster mit 1500 oder mehr Ticker können nicht mehr angreifen. Okay. Dann bist du dran. Ich ziehe eine Karte. Oli und Haar, du! Kämikaze Fahrzeug. Das ist schön. Keine Battle Plays mehr. Was? Wenn du den Effekt benutzt, kannst du keinen Angriff mehr machen. Ich möchte auch jetzt keine Battle Plays machen. Jetzt beenden? Ja. Okay. Oli und Haar. Jaaaaaa Upsa, hat niemand gesehen. Endface. Gar nicht wahr. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es gesehen habt oder nicht. Das werden wir dann noch sehen, mein Freund. In 3 Jahren, wo jemand einen Kommentar schreiben wird. Natürlich. Währendest du deinen Zug? Ja. Okay. Noch was? Oh nein, Plippeschwörung. Nee, keine Plipp. Ich greife dich nur an. Ah nein, 500 Punkte. Tu mir das bitte nicht an. Dieser Schmerz, oh nein. Ich habe den Ton extra hoch laut gemacht, damit es schmerzt. Wieder dahin legen, damit man es sehen kann. So, schön. Oh nein, du hast noch extra 3 hoch. Das hat keiner gemerkt. Ich habe es gemerkt. Ja, leider aber. Ich habe die eher 3 ins Band. Ich habe hier 32 Schaden gemacht. Oh, gut. Hier noch 300. Das ist ein großer Unterschied. Noch was? Kann ich noch ein bisschen sagen? Ja, kannst du machen. Du hast ja noch nicht. Aber kannst halt nicht normal angreifen. Kannst was wischen, wenn du etwas auferlegen. Ja. Fertig? Ja. Beste Karte. Kampf auch so. Natürlich. Ich aktiviere die Karte einen Tag vor der Frieden. Wir ziehen beide eine Karte und keiner kriegt mehr Kampfschaden. Dann setze ich eine Karte und dann bist du dran. Jetzt zeig mir einfach mal die Karte auch gut. Bam. Nein, 800 Punkte. Oh, nein. Das tut so weh. Du stirbst ganz langsam. Das muss da hin, damit die Leute das auch sehen können. Ganz langsam du tunst sterben. Yoda ist auch mal wieder da. Ich beende. Okay. Ich ziehe. Auf dem Kopf ist sie. MSD. Activate. Oh, yeah. Die Schwerter sind weg. Dann setze ich noch eine Karte, die nichts machen kann. Dann gucke ich noch meine Kärtchen an. Die Karten springen und dann wirst du dran. Oh. Oh. Oh Gott. Hashtag Exodia Destroy Everything. Wieder angreifen. Nein. Du das bitte nicht. Dieser Schmerz. Okay. Du musst dir das mal angehört, das da hinzulegen. Noch was? Ja, ich sammle ne Exodians. Fertig? Ja. Ich zieh. Oh, ich setze Karte. Oh, da bist du. Exodia! Das ist der Exodia-Kinds-Trick. Dann... Nein, ich greife nochmal an! Ey, das kann... Ich wollte gerade was aktivieren, dann kannst du nicht einfach sagen, ich greife an! Ich aktiviere die Falle, reißen dann... Reißen da Tribut? Alle Monster auf dem Spielfeld werden zerstört. Und tschüss! Boom, boom. Geil, geht, geht. Boom, boom. Copy what? Okay, Yannick. Äh, ich hab auch jetzt nichts beschwört. Beschwört? Nein, du hast nichts beschwört. Ich hab meine Karten auch mal wieder auf dem Kopf. Klick. Ich hole... Oh, nein! Das holst du nicht. Ich annulliere dein Effekt. Okay. Aber nur für diesen Spielzug. Ja. Im nächsten! Fertig? Ja. Okay, ich zieh eine Karte. Die letzte Karte. Moment mal, Moment... Okay. Ah! Fertig. Du bist dran. Noch ein Exodia? Nee. Zeig mir aber nicht deine Karten. Klick! Nein! Ich annulliere wieder. Wieso? Hast du etwa Angst? Ah nee, ich hab aber Zeit. Oh mein Gott, ich habe realisiert, dass ich meine Sorge verkehrt herumtrage. Das wollte jetzt jeder wissen. Unbedingt. Ja! Wichtig! Natürlich! Wenn ich das nicht sage, wird ein neuer Weltkrieg ausgelöst. Unbedingt. Kann ich? Du passt noch dran. Oh! Du hast den Effekt schon benutzt. Ja, aber gegen noch nicht. Das hast du kalt gezogen doch erst. Ich glaub, das hatte ich im letzten Spiel zu tun, wo ich das hier machen wollte. Auch okay, das hier kann warten. Fertig dann? Mhm. Okay. Ich zieh eine Karte. Oh, ich setzte Karte. Da bist du dran. Also komm, guck mal. Das ist schön. Dann aktiviere ich meine volle Krug der Trickhal. Ich wähle fünf Karten in mein Prieto. Ganz kurz, ich lese mal. Ich kann da eine Karte ziehen. Du musst heute 100 Lebenspunkte zahlen. In jeder Standby Phase. Wie auf? Ja, aber in meiner. Ich glaub so 500 insgesamt. Ja, aber nur in meiner Standby Phase. Okay, in deiner Standby Phase. Ja. Ist ja immer so. Draw Face, Main Face, Standby Face. Standby Face. Standby Face. Main Face. Okay, Yannick. Hm? Bist du bereit? Ja. Oha. Nein, wie cool ist. Einfach dich an. 1400. Ey, 180 K. Wie egal, Sonne zu fassen. Na ja, das passt. Klick. Nö. Okay, ich will trotzdem. Das war aber schön. Ja, okay. Aber ich kann doch nur mit einem Monster angreifen, ja? Ja, aber ich spiel nochmal den Rest nicht gut und alle sind weg. Dead. 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 Forever. Okay. Noch was? Ich bin befertigt. Okay. Ich ziehe. Ich hab nur echt starke Karte gezogen. Nord. Ich setze eine Karte. Boah krass. Und dann beende ich schon wieder mein Spähzug. Mann war das gut. Set Exotia. Nein, du bist dran. Okay. Bist dran. Set Exotia. Ja, danke. Den Kopf nehme ich doch nicht. No job! Hier, die Poca Tricks. Du bist fertig. Nein, ich bin fertig. Ich wusste nicht, dass ich fertig bin. Du kriegst nochmal so 200 Schaden dabei. Ja, schön. Da war ja was. Du stirbst. Langsam. Okay. Ja, du bist dran. Oh nein. Hm? So viele Karten. Wenn du mehr als 6 hast, musst du eine ablegen. Das weißt du. Dann kann ich sie beschweren? Das kannst du noch machen. Okay. Sterbe mein Freund. Sterbe. Tausend. Nein, 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 nein nom 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 man sind wir lecker ich weiß genau welchen bullshit du jetzt hast ich aktiviere die zauberkarte magischer hammer ich wähle diese vier karten ich komme zu euch mische sie ins deck und ziehe die selbe anzahl nach hoffen wir mal dass die kamera nicht abstürzt dann setze ich noch eine karte und aktiviere die karte einen tag voll aufreden wieder was machst du damit wir ziehen beide in die karte und keiner kriegt schaden dann setze ich noch eine karte eine karte wird abgeworfen und du bist okay warum muss so eine karte abwerfen das ist ja weil das ist erst wenn du dann zu bänden ist okay also beendet du bist an also muss ich jetzt wenn du ein zug vorbei ist dann musst du welche ablehnung wenn du mehr als sechs angriff 1400 hat dr level drauf entsprechend musstest wird das was verm nuit schule feld ist jeder weg nicht weiß das macht auch spaß und er ist bald nach vorne mam nom nom quiz Ich ziehe Karte. Oh krass. Oh eine starke Karte habe ich gezogen. Oh mein Gott. Oh eine starke Karte. Oh mein Gott. Das kann ich ja gar nicht glauben. Normal Summle. 200 Schaden. Oh du. Ich vergesse immer so. Ich glaube so 300 Schaden kriegst du jetzt dadurch. Kann sein. Ja mach einfach. Minus 2 Kick 200. Bam. Ich bin zu strong für dich. Du hast keine Chance für dich. Ich bin zu strong und zu süß. Also 1500 ist das Limit. Ja. Und du darfst ja auch nur mit einem Monster angreifen. Also kann ich ein Monster mit 1500 beschweren. Ja. Ich habe einen Monster mit 1500 beschweren. Aber es wird danach umgeändert. Ja das ist doch schön. Dann hat es mehr. Und kann nicht angreifen. Was? Moment mal. Weil dann hat es doch 1800 und kann nicht mehr angreifen. Okay. Ganz kurz. Ich liebe dich mein Friedensbrote. Nee das ist kein Frieden. Das ist Krieg. Nein. Na Boons. Ah nein. Dieser Schmerz. 600 Schaden. Dann aktiviere ich aber meine Fett. Der alles wieder weg. Was mich durch Kampf zerstört. Jetzt kommt da ein schlimmster Albtraum. Noch mehr. Mehr Süßigkeiten. Diabetes. Ich spiele das Diabetes Deck. Ja. Vielleicht neusten. Erschienen. Noch was? Nee. Nee. Okay. Ich sehe eine Karte. Ich sehe eine Karte. Standby Phase. Oh ich habe so eine krasse Karte gezogen. Du bist bei 2500. Du wirst bald sterben. Das mir egal. In 25 Zügen. Du bist dran. Ja. 15 Minuten hat's schon durchgehalten. Ich bin mir nicht da sicher. Und jetzt so einfach auf Stop drücken ausmachen. Ha ha. Ich greife an. Kabusch. Ah dieser Schmerz. Nee ich komm wieder. Du kannst nicht. Vorbei. Aber nur wenn sie von Kampf zerstört werden. Roter Karteneffekt. Scheiße. Uuuuuh. Okay. Entschuldigung. Gleich was du tust. Bist du fertig dann? Ja. Okay. Ich zieh eine Karte. Jetzt kannst du nichts mehr tun. Du bist dran. Oh yeah. Nein. Das ist MyPanther. Okay. Effekt verschleieren. Effekt annulieren. Du. Das macht dir doch Spaß. Heile mich um 400. Das kann er leider tun. Das legt schon mal da hin. Neun mal. Neun. Merke ich. Okay. Bist du fertig? Du warst noch dran. Oh. Ich bin fertig. Okay. Er greift nicht an. Oh Gott. Dann kommst du nicht vorbei mein Freund. Du bist dran. Ah du. Du kriegst noch so extra Diabetische an. Ja. 200. Okay. Nein. Die sind too strong für mich. Bald ist es over 9000. Okay. Ist auch schon 9000. Ja. Aber bald ist es over 9000. Oh. Ist ja grob wenn wir mal die brauchen. Okay. Jetzt feuer ich ab. Nein. Tu das nicht. Kabun. Ich feuer. Ich will du das ja aus. Nein. Nicht mein Friedensboden. Nein. Nein. Das Herz der Karte ist auf meiner Seite. Nein. Diesmal visiere ich dieses Stück Scheiße an. Nein. Nicht meine dunkle Tür. Das Herz der Karte ist bei mir. Okay. Du bist dran. Ich zieh eine Karte. Und ich spiel diese Zauberkarte auf lange. Ich zerstöre ein Monster mit der höchsten Death auf deinem Spielfeld. Auf Wiedersehen Generator. Und dann beende ich mein Zug. Boah. Minus. Einhundert. Einhunderttausend. Nee. Janek. 22 Runden hab ich noch. Okay Janek. Ich heile mich. Behalte sich hier. Bist du fertig? Ja. Ich zieh eine Karte. Ich hab vier Exo. Ich hab nochmal einen Aufschlag. Jetzt bist du auch weg. Dann aktiviere ich eine verdeckte Karte. Mist. Schau mit der Phone. Zerstöre eine verdeckte Karte. Dann gebe ich ihn an dich ab. Ich hatte auch eine Exociatei für den Abwerfer. Hab ich nichts dagegen. Ich ziehe. Ich ziehe. So eine starke Karte. Mistischer Raum. Activate. Ich zerstöre deine Matrix. Yeah. Wir sind raus aus der Matrix. Freiheit. Du bist dran. Aber du stirbst immer noch an Diabetes. Fertig? Ja. Ich bin fertig. Und da ist schon wieder die Matrix. Hm. Ich weiß nicht, ob ich hinterher durchschlagen kann. Bist du fertig? Kann ich ja mal gucken was da liegt, ne? Ich hab da eine Vermutung. Oh dann. Aber du kannst ja eh nicht mit dem angreifen. Es ist Zeit den Umweg zu benutzen. Nein. Ich weiß nicht. Okay. Fertig? Ja. Ich ziehe. Boah. So eine starke Karte hab ich jetzt. Und ich nicht benutzen kann. Kann ich erst das Trant-Deck. Ich aktiviere wieder ein bisschen Schraubzeitung. Und tschüss. Ja. Minus 100. Ist dran. 20 Minuten Leute. Bleibt dran. Fertig? Bist du fertig? Ja. Bist du schon lange. Hey. Hab ich es etwa nicht gesagt? Oh das wurde eine starke Karte. Hab ich hier gezogen. Oh Gott. Minus 100. Ah nein. Direkt in mein Herz. Dass es aus einem Donut ist. Ne ich sag nur noch Diabetes. Ich aktiviere die Zauberkarte. Ich wähle da eine verdeckte Karte. Es ist eine Zauber- und eine Fallenkarte. Soll ich es sein? Ja ich. Kann sie ja sehen dann. Es ist eine Fallenkarte. Warte. Wieso liest du erst danach? Warte. Wieso liest du erst danach? Ja. Ja. Die kann nie sterben. Du kannst aber sterben. Fertig? Ich bin fertig. Halt ja einen Tag du Ruhe. Ich hätte echt gerne den Gucken mal. Fertig. Boah. So eine starke Karte habe ich jetzt. Mit der ich nichts machen kann. Du bist dran. Na Leute. Was macht er gerade? Oh ihr guckt hier ein Video auf meinen Channel. Sehr nice. Was machst du da? Nein.